Leute, was geht hier eigentlich ab? Es ist einfach crazy. Ich hab schon ziemlich lang davon geträumt, aktiv YouTube zu machen. Ja, jetzt wird man sich denken. Ja, mach doch einfach. Leicht gesagt, Kevin. Ich hatte fast mein ganzes Leben so einen richtigen Schrott-PC. Also so ein Ding, wo man denken könnte, das Netzteil explodiert gleich, wenn ich Minecraft starte. Also ja, man braucht einen PC, der ganz okay ist, um Videos schneiden zu können. Und ja, ich hab seit 2019 einen ziemlich guten PC. Aber dann war ich faul. Verdammt faul. Ihr könnt euch die letzten Jahre bei mir in etwa so vorstellen. Guten Morgen, Unge. Guten Morgen, Modale. Du machst sofort ein Video, oder? Bei Gott, ich schwöre dir. Oh, okay, Mann. Ich werde jetzt ein Video machen. 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 Leute, ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal nach Köln, oder? Leute, ich glaube, wir gehen jetzt einen guten Alligator aufs Konzern, oder? Also bin ich zu den Entschluss gekommen, nur noch Wasser zu trinken. Allerdings das teure Wasser für 70 Cent. Meine Mutter hätte mit dieses Wasser holen. Für 14 Cent. Aber es ist eklig. Wasser schmeckt unterschiedlich. Das ist geil. Bitte, sei der Monito. Sei der Monito. Dreckiger. Alter. Richtige. Ja, mach nur weiter. Normale Menschen haben Koks in ihrer Wohnung. Und ich habe einfach mal L-Tyroxin. Was soll denn der Scheiß eigentlich? Ich will Koks. Okay, okay, nimm keine Drogen. Schaut lieber meine Videos. Naja, diese Zeiten sind jetzt vorbei. Denn verdammt, Mann. Ich habe einfach schon 70k Abonnenten. Das ist so krass. Ich kann mir gar nicht erlauben, keinen Content mehr zu bringen. Dann wäre ich ja dümmer als die Fans von Miguel Pablo. Miguel Pablo am Start. Haut erst mal meine Susshauer mit einem richtig krassen Prankrein legen. Hahaha, da lacht bestimmt jeder. Nein, keiner lacht, Miguel. Keiner lacht. Jetzt mal ohne Twix, Leute. Danke für alles bis jetzt. Das ist so ein krasser Support. Da kann man ruhig mal klatschen. In Zukunft werden viel öfters Videos kommen. Ich probiere viel aus und schau, wie es ankommen wird. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir by the way auch auf Instagram folgen. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es heißt...